Die sich ihr angebotene Zwei-Zimmer-Mietwohnung ist ab dem 1. Januar 2017 bezugsfrei. Die gut gepflegte Hochpartei-Wohnung befindet sich in Münster. Die Wohnung wurde 1999 erbaut und wird über eine Gas-Zentralheizung beheizt. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über einen Balkon, zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer, einen Keller und einen Tiefgaragenparkplatz. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Bei einer Wohnfläche von ca. 64 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Hochpartei-Wohnung auf 742 Euro. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns.